Du hast ja ein neues Projekt. Sag einmal, wie heißt du oder ihr? Ein bisschen verwirrend gleich zu Beginn. Wir heißen Patrick Rauch. Das ist jetzt nicht, wenn wir zu einer Person verschmolzen sind oder so. Ich bin nach langem überlegen bezüglich Bandnamen und weil es doch so mein Herzblut ist, das Ganze, habe ich mir gedacht, das ist doch der authentischste Name, wenn ich es einfach mit meinem Namen mache. Und wie seid ihr bis jetzt? Wir sind in der Trio mit Bass, Schlagzeug, Gitarre und Gesang. Unter Tage. Der Unterwerksbau österreichischer Musik. Eine andere Karmischungflucht-Gruel, sage ich ihr Bye- Vielen Dank.